Stop, 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 so geil das nicht, so geil das nicht. One, two, three, four. Frohe Festtage, ihr lieben Anianer. Ihr musstet ein wenig warten mit der Verlosung in meinem Kanal. Es war viel zu tun mit der Bearbeitung der anderen Gewinnspiele. Danke für eure Geduld. Der Lösungssatz war natürlich, du bist die Kraft, die aus Liebe Wunder schafft. Schön, dass du mein Adventsrätsel lösen konntest. Gewonnen haben alle, die sich beteiligt haben. War ja überschaubar. Die liebe Betty Herz bekommt ein Palo Santo Handschweichler von mir. Er ist nach dem keltischen Neun-Tage-Ritual aufgeladen und mit meiner Geheimzutat auf Betty geeicht. Herzlichen Glückwunsch! Auch die liebe M kann sich über ein Palo Santo Räucherholz speziell für sie angeschertigt und aufgeladen freuen. Mrs. Love, eine rege Teilnehmerin bei unseren Gewinnspielen, hat ein meiner neu kreierten Schutzgläschen gewonnen. Sie sind auch unter Spelljahrs bekannt. Viel Schutz wünsche ich dir damit. Auch die liebe Elisabeth hat ein Gläschen von mir angefertigt und aufgeladen gewonnen. Hierbei handelt es sich um einen Reinigungsschutz für dein Feld. Herzlichen Glückwunsch, Elisabeth! Katrine, eine frische Anianerin, hat, gesponsort von Falco, aus dem Kanal Heilung im Einklang mit der Seele, eine Reiki-Sitzung gewonnen. Vielen Dank, lieber Falco, dass du dich so oft bei allen Gewinnspielen beteiligt hast. Zum Schluss auch bei mir. Dankeschön! Bald kommt eine Meditation von ihm hier und auf YouTube heraus. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Herzlichen Glückwunsch, Katrine, zu diesem Gewinn. Und diesen nächsten Gewinn konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Liebe Melanie, du weißt warum. Natürlich hast du ein ganz persönliches Aura-Wechseling von mir gewonnen. Ich weiß, du lachst jetzt. Ich auch. Zum Schluss möchte ich mit diesem Gewinn ein bisschen Werbung für mein neues Angebot machen. In Zukunft werde ich Werbevideos für dich anbieten. Kurze oder längere Werbevideos für dein Business. Melde dich gerne bei mir, wenn du daran Interesse hast. Gewonnen hat einen kurzen Werbefilm, die liebe Martina. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin mir sicher, dass du dich darüber freust. Alles Liebe und viel Freude mit dem Gewinn wünscht euch eure Arni.